Mein Name ist Jonas Gump, ich bin 21 Jahre alt und studiere Maschinenbau im Ulmer Modell bei der Firma PERI. Und habe somit nach viereinhalb Jahren zwei Abschlüsse, einmal meinen Bachelor und bei mir die Ausbildung als Industriemechanik. Ich wollte eigentlich schon immer das Ulmer Modell machen, weil es für mich hervorragend die Praxis und die Theorie vereint und habe mich deswegen für das Ulmer Modell entschieden. Und letztendlich bin ich da bei PERI gelandet, weil mir das Unternehmen auch so im Vorstellungsgespräch und so sehr zugesagt hat. Mit einem dualen Studium hätte ich auch einen Praxisbezug haben können, aber ich fand es reizend, dass man die Ausbildung auch noch dabei hat und die Ausbildung dann auch als anerkannter Ausbildungsberuf abgeschlossen wird. Meine Highlights bisher waren die Einblicke in die verschiedenen Abteilungen bei PERI, mal rauszukommen aus der Lehrwerkstatt im zweiten Lehrjahr. Und ein weiteres Highlight für mich bei PERI ist der gute Zusammenhalt mit den Kollegen, dass man sich täglich beim Mittagessen trifft und sich so auch mit den Kollegen aus dem gleichen Lehrjahr austauschen kann. Wir haben ein Mentorenprogramm, wo sich ältere Studenten und Auszubildende um die Jüngeren kümmern oder um die Neuen kümmern. Und man kann so mit denen in Austausch geraten und sich auch bei Problemen oder so immer an die Wänden. Als Ulmer Modeller bzw. generell für unsere technischen Studiengänge schadet es auf keinen Fall, wenn man eine Begeisterung an der Technik mitbringt und Zusammenhänge verstehen möchte und auch ein bisschen Spaß an der Mathematik hat, weil doch zum Studium auch etwas an Rechnen dazugehört. Aber das ist alles machbar. Alle Informationen über unsere angebotenen Studiengänge und Ausbildungsberufe findet ihr auf peri.com unter dem Reiter Karriere.